Fantastisch! Ich habe aber natürlich direkt unter das Video geschrieben, ich habe mich vertan, es ist mir hinterher selbst noch aufgefallen, aber wir werden es jetzt einfach mal ändern, ich nehme jetzt den Blitzzauber mit rein, das Ganze macht das Deck natürlich noch ein bisschen teurer, allerdings, ja, glaube ich nicht, dass es erfolgreicher wird dadurch. Aber gut, ich habe es gesagt, ich mache es, aber ich denke, da reicht ein Spiel. Ich habe auch dann schon eigentlich die nächste Wette gesehen, die ich ziemlich cool fand und zwar ging es darum, ein Deck zu benutzen, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elixier kostet und damit ein Spiel zu gewinnen. Das habe ich aber dummerweise beim Testen sofort geschafft, also ist das auch nicht interessant. Die Wette hätte ich also dann geschafft, allerdings habe ich es leider nur Offscreen, also was heißt Offscreen, ich habe es einfach nur geschafft, während ich quasi, sage ich mal, während ich ein neues, oder während ich es ausprobiert habe, einfach nur, weil ich es einfach testen wollte, ob es realisierbar ist und ich habe damit gewonnen, ich blende es jetzt einfach mal ein. Wir können aber, wenn ihr wollt, das Ganze, äh, trotzdem natürlich nochmal testen, äh, es war auch ganz lustig, ich werde es einfach gleich mal, äh, machen, so. Aber als erstes natürlich das hier noch einlösen, aber wir machen mal eben eine Truhe auf, falls wir wieder erwarten, gewinnen sollten, dass wir noch eine Truhe bekommen können. Äh, ich bin gespannt, was da dabei rumkommt. So, wir machen das Ganze jetzt mal gegen den Kollegen Ching-Chang-Chong, ich kann es nicht lesen, keine Ahnung. Und wir müssen natürlich jetzt überlegen, wie wir da irgendwie zu Potte kommen. Wir haben ja schon eigentlich gesehen, dass wir damit nicht sonderlich, äh, na, ich sag mal, effektiv arbeiten können. Können wir natürlich jetzt den Inferno setzen, um den Lava-Hund zu braten. Vielleicht müssen wir doch nochmal kurz ein bisschen, so. Das Problem ist, da haben wir halt jetzt nichts. Mein Kater, Gott. Mein Gott, Kater, so. Jetzt hat nix, also der Lava-Hund ist schon down, okay. Ich konnte gerade nicht hingucken, weil ich gerade den Kater vom Schreibtisch setzen musste, aber wir haben es schon geschafft. Guck an, es hat sogar in der Tat schon geklappt, so. Ja, jetzt haut er natürlich da aus Frust den Blitz drauf. Aber das heißt vielleicht, ja, Pfeile, okay, schade. Hätte ja sein können, dass wir da noch was reißen, aber wir werden ihn einfach so lange trizen jetzt. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Eine Idee war auch, ähm, das habe ich noch gesehen für eine Wette, dass ich, äh, Rakete, Feuerball, Pfeile und so einen Scheiß reinnehme und probieren muss, bevor der Gegner mich quasi besiegt hat, weil dass ich damit nicht gewinne, ist klar. Aber probieren muss, damit sozusagen, ähm, ja, äh, zu, einen Turm zu zerstören, bevor mich der Gegner quasi überlaufen hat. Das könnte knapp werden, aber ist auch eine Sache, die ich eventuell mir vorgenommen hatte, dann zu testen. Ich, äh, muss noch einmal ganz kurz auch da schauen, wie sich das am besten umsetzen lässt, ob es überhaupt Sinn macht, ob ich überhaupt ansatzweise eine Chance habe. Ähm, das werden wir aber dann, wenn es soweit ist, erfahren, beziehungsweise ihr werdet das erfahren. Ich werde es zumindest mal, äh, dann irgendwie probieren. Und, äh, ich könnte mir vorstellen, dass es eng wird, also, zumindest mit der Rakete und so weiter. Na, Pfeile, 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 ja. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es eng wird, da man halt, äh, ja, nicht wirklich was hat, was dann den, die Verteidigung, zur Verteidigung dient. Weil, ich muss ja dann in dem Fall sofort alles, was ich habe, in die Offensive setzen und dementsprechend wird es natürlich dann schwierig zu verteidigen. Ähm, das heißt, ich kann nicht mehr sagen, ich ballere die Hälfte davon noch in die Verteidigung rein. Dann muss ich alles wirklich offensiv irgendwie absetzen und... Nein! Der Blitz ist mir verrutscht. Ah, der hat doch noch was getroffen, aber natürlich nicht, was ich wollte. So. Das heißt, ich muss dann halt schauen, wie wir es hinbekommen. Aber wir sind sogar noch vorne. Was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Kranker Mist, ey. Äh. So. Wir sind sogar noch vorne. Und, ja. Äh, ihr seht es, okay, jetzt hat das mit dem Blitz vielleicht sogar doch einen kleinen Unterschied gemacht. Wobei ich mir das nicht glaube. Ich glaube, in diesem Fall hätte uns der Knallzauber vielleicht sogar geholfen. Aber jetzt wird es... Ja, er trifft natürlich nicht den Ballon, das war klar, aber jetzt war es das. Ja, klar, gegen den Ballon. Auf Dauer eigentlich keine Chance hiermit. Ah, es war gar nicht mal so unknapp. Ihr habt es gesehen, wir haben ihn genervt. Tut mir auch furchtbar leid jetzt, aber ich musste es natürlich noch einlösen. So. Das erstmal dazu. Wir machen das jetzt mal offen hier alles. Ähm, wie gesagt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, das Ganze war eine Wette, die ich eingegangen bin. Bei der vorletzten Folge oder so. Und, äh, ich konnte die Wette aber leider nicht gewinnen, weil ich doch nicht drei Gegner mit Kobolden hatte. Was ich eigentlich, äh, gedacht hätte. Mh. Aber gut, so. Mehr dazu könnt ihr euch die Folge noch angucken, wenn ihr das noch wissen wollt. Ja, das Ganze hier kann ich ja, oder habe ich euch ja schon eingeblendet, dass ich es geschafft habe. Wir können das natürlich gerne nochmal probieren. Äh, ich, äh, würde das, ja, schaffen wir es jetzt noch? Ja, komm, ich kann jetzt, ich kann jetzt nochmal testen, ob wir damit noch was reißen können, falls das nix wird. Äh, seid ihr aber herzlich willkommen, mir nochmal neue Wetten in die Kommentare zu schreiben. Es ist eigentlich eine Zugabe, weil ich es ja schon geschafft habe. Ähm, ich weiß nicht, ob die Wette ist, dass ich es in der Folge schaffe. Das stand eigentlich nicht dabei. Es stand nur Wetten, du kannst mit dem Deck nicht gewinnen. Ähm, ich hab leider, ich weiß nicht, ob ich da noch ein Screenshot von habe. Aber das, äh, klar, das kann das ja eh nicht, das kann dann eh so bleiben. Ähm, dementsprechend, ich weiß nicht genau, ob ich da noch dokumentiert habe, wer das geschrieben hat. Ich kann es, ich glaube es nicht. Aber das ist ja gar nicht so dramatisch eigentlich, weil theoretisch, wir haben zumindest gesehen, dass es, äh, in irgendeiner Weise funktioniert hat, mit dem Deck zu gewinnen. Jetzt könnte es eventuell mal wieder knapp werden. Es kommt natürlich mal drauf an, was du gerade so kriegst. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das Ganze mal angehen. Jetzt hat er natürlich da den Bowler. Das heißt, ich hab da auch einfach den Typen irgendwann überrannt. Ich hab einfach den Päcker gesetzt und mal geguckt. Er hat jetzt die Skelettarmee, das ist natürlich scheiße. Und er hat natürlich da jetzt den Bowler, das ist auch kacke. Der macht aber jetzt so allein nichts. Aber jetzt kommt die Skelettarmee und ich hab halt in dem Fall jetzt nix. Ich hätte für, ich hätte den Blitzzauber oder den Sepp auf jeden Fall reinnehmen müssen, um den Päcker zu schützen. Ähm, ihr seht, das ist noch nicht ganz ausgereift, aber es war halt eigentlich auch mehr oder weniger ein Test, um zu gucken, ob die Wette machbar ist. Und dann hab ich halt zufällig damit, ich glaube, das war das dritte Spiel oder so, dann hab ich damit zufällig halt gewonnen. Ich weiß, es muss nicht unbedingt aussagekräftig sein. Aber, man kann es natürlich trotzdem mal testen. Ähm, dementsprechend, ja, ihr seht es. Also, in diesem Fall jetzt wird es ziemlich chancenlos sein. Ähm, vielleicht war es auch ein Zufall, dass ich gewonnen hab und, keine Ahnung. Aber, die Wette wäre damit ja theoretisch raus. Das heißt, ihr könnt nochmal neue Wetten reinballern, ähm, die ich testen soll oder wo ihr sagt, komm, das schaffst du doch eh nicht. Mach das mal. Ähm, wäre ich auf jeden Fall bereit, da noch ein paar Sachen zu testen. Äh, je nachdem, was ihr euch da einfallen lasst. Ich bin gespannt, was noch für Vorschläge kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall noch eine ganz lustige Angelegenheit wird. So. Jetzt kriegen... Ah, nein. Ich hatte gedacht, vielleicht kriegen wir jetzt mal den Riesenbomber durch, aber das wird wieder knapp. Ja, kriegen wir nicht. Natürlich nicht. Also, mit dem Golem hab ich jetzt noch gar nichts gemacht. Äh, ich hätte vielleicht damit nochmal richtig was aufbauen sollen. Aber gegen mit der Skelettarmee ist es halt scheiße jetzt. Ich kann den Golem nochmal setzen und gucken. Muss ich nur gucken, dass er hier den Turm jetzt nicht holt, den Hauptturm nicht holt. Ähm. 13 Sekunden, ja, das wird eh nicht reichen. Ja, egal. Jetzt hätten wir vielleicht, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit hätten, links mit der Nummer wären wir... Na, nicht gegen die Skelettarmee, das ist scheiße. Ich hätte den Zap gebraucht. Ähm, ich hätte den Zap gebraucht. Ähm, das Problem ist... Die Wette lief ja jetzt eh außer Konkurrenz, ne? Wir hätten... Für die hätten wir vielleicht den Zap reinmachen können. Dann hätten wir eventuell eine Chance gehabt. Das ändert ja nichts. 1, 2, 3 und so bleibt. Und, ähm... Ja. Wisst ihr was? Wir probieren es einfach nochmal. Binnen sind jetzt mal so frei und probieren es einfach nochmal. Und jetzt probieren wir es auch direkt von Anfang an vernünftig. Meet, äh, 1 Golem. So. Hat er natürlich Zeit zu verteidigen, aber die 10er machen nicht so viel. Ja, Knallzauber. Schön. Können wir auch. So. Aber jetzt hat er natürlich den Zap schon wieder verbraucht. Was nicht so schön ist. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, was wir dahinter setzen können. Der Mini-Picker wird den natürlich jetzt ordentlich begatten. Aber es reicht noch. Um zumindest zum Turm durchzukommen jetzt. Vielleicht reicht es ja für ein paar Schüsse vom Musketier... Ah, Feuerball. Alles down. Ja, schade, schade. Ihr seht schon, es ist eine schwierige Sache. Hm. Es ist einfach schwierig. Äh, hahaha. Ich frage mich auch, wie ich das damals gepackt habe. Das kann eigentlich nicht so richtig mit dem rechten Ding zugegangen sein. Aber es hat ja scheinbar irgendwie funktioniert. Mal gucken. So, jetzt. Ob Mini-Picker von ihm? Ja, diese kleinen Piss-Skeletti tun uns nichts. Aber jetzt, wenn der Golem platzt... Ah, ja, jetzt zieht er den Päcker mit dem scheiß behinderten Eis-Golem nach rechts. Ich glaub es nicht. Jetzt rennt der ganze Päcker. Guck mal, wo der jetzt wieder hinrennt. Manchmal ist dieses Spiel so kernbehindert. Das ist unglaublich. Jetzt rennt der Päcker ganz dämlich zu unserem Turm zurück. Herzlichen Glückwunsch. Liebes Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Ganz, ganz großes... Tennis. Naja, aber immerhin sind wir sogar vorne, wie ich sehe. Was uns aber nicht wirklich hilft. Wir kriegen den Turm vielleicht zwar jetzt. Na, kriegen wir nicht, oder? Lass den blöden Schweinereiter doch laufen und geh auf den Turm. Es kann nicht wahr sein. Jetzt. Ja, so. Muss doch jetzt gehen, dass wir den Typen kriegen. Oh. Und jetzt ist der... Ussel Päcker nicht mehr da zum... Lauft da jetzt zum... Oh, jetzt rennt er nach hinten. Ich kotze im Strahl. Das ist nicht wahr. Ehrlich nicht. Ja, jetzt hat er den Turm natürlich. Dieser blöde Grabstein hält natürlich auch immer auf. Jetzt. Tausend. Also nicht ein Schlag jetzt vom Päcker reichen würde. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Wir müssen doch nur den Bomber mal durchkriegen. Lauf jetzt zum Turm. Wir müssen nur einmal die scheiß Bombe zum Explodieren bringen. Lauf, 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 Junge, lauf. Bogis, komm auch wieder nicht durch. Doch. Jawohl. Ha, 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 ha. Ihr habt's gesehen. Ich hab die Wette gewonnen. Hui. Und dieses Mal hab ich auch nix falsch gemacht, weil die Wette lautete 1, 2, 3, 4, 5. Und das war nicht hier auf die Kobolde bezogen oder so, sondern nur auf die Werte. Es hat tatsächlich noch geklappt. Damit ist Zeit für eine neue Wette. Schreibt euch eure Ideen in die Kommentare. Die meisten Likes werden gewinnen. So, bis dahin. Macht's gut. Und tschüss. Und das war nicht so, bis dahin. Tschüss. Tschüss.